Der Ursprung von SuiteConnect liegt tatsächlich in der Serviceabteilung von Teegarden Pactec, also entspringt direkt dem Maschinenbau. Und wir sind damals mit diesem Gedanken auf weitere Maschinenbauer wie WDS und Solich zugegangen, mit denen wir Anlagen bei gemeinsamen Kunden betreiben. Und dort ist der Gedanke einer gemeinsamen digitalen Lösung, einer digitalen Plattform auf sehr viel Gegendin gestoßen.